Eine Überraschungsparty gab es heute auch für mich. Also ich habe nicht kommen sehen, dass Crow und Karpi zusammen einen Song droppen würden. Boah, was ein Überleiter. Aber eine durchaus passende, denn ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Es war jetzt aber glaube ich auch nicht länger angekündigt, sondern jetzt sehr spontan. Was eigentlich krass ist dafür, das ist ja voll die krasse Kombination von den beiden Namen her. Sehr unerwartet, wie du sagst, Überraschungsparty. Aber haben die jetzt nicht großartig vorher die Werbetrommel gerührt, so wie ich das mitbekommen habe. Nee, also ich meine, komplett überraschend, dass da irgendwie Kontakt besteht, war das jetzt auch nicht. Weil Karpi ja schon mit einem Wasserplätschern auf Crow's anscheinend vorzeitig beendetem Projekt C am Start war. Das war dieser Song, wo jeden Tag ein neuer Artist und ein paar neue Sounds dazu kamen in dem Beat. Ja, aber jetzt der erste richtige Song von den beiden gemeinsam. Und es ist eine locker poppige Geschichte geworden, die nach, das ist der Sound für die Cocktailbar und mit so einem lockeren Gitarrenriff, das nach Sonnenuntergang klingt. Dieses leicht schlumpfige Vocal-Sample mit der Nostalgie des letzten Urlaubstages und so weiter. Ich kann's echt, ich find's nicht gut. Das hab ich jetzt gar nicht rausgehört, dass du's nicht gut findest. Das klang da gar nicht durch in deiner Stimmlage und wie du das betont hast. Ja, ey, no hate an Karpi und Crow. Ich find, beide machen immer wieder interessante Sachen. Ich fand jetzt dieses Crow-Projekt, was jetzt letztens, halt dieses C, fand ich schon echt interessant. Und Karpi hat auch immer wieder seine Momente. Aber das hier, die haben nicht, die Kombo wurde nicht optimal ausgenutzt, meiner Meinung nach. Also, bei den beiden zusammen, da hätte man mehr rausholen können. Ich weiß nicht, der Song wirkt mir zu einfach. Die Hook von Karpi ist so, auch haben wir schon jetzt zum siebten Mal gefühlt gehört. Ich weiß nicht. Vielleicht wird's trotzdem ein Erfolg, aber fühl ich nicht. Wie sieht's bei dir aus? Ne, schließe ich mich voll an. Also, wenn ich jetzt die beiden Namen lese, dann denkt man natürlich auch erstmal, oh, Überraschung, die beiden zusammen. Andererseits passt es dann irgendwie. Also, jetzt mal abgesehen davon, dass, also, weil du ja meintest, da bestand ja schon Kontakt wegen dieses Wasserplätscherns, was er dazu beigesteuert hat, der Karpi. Also, die beiden sind ja eh so riesige Künstler. Also, wenn die wollen, können die wahrscheinlich jeden erreichen aus der Szene und mal um eine Zusammenarbeit fragen. Da muss ja jetzt, glaube ich, keiner beim anderen betteln. Aber ich find's auch insofern interessant, jetzt rein auf dem Papier her, weil die auf den ersten Blick so sehr unterschiedliche Künstler sind, aber sie dann doch irgendwie dieses Anlasssein vereint. Also, weil die halt auf ihre Art und Weise verrückte Momente haben, rumexperimentieren, sehr vielseitig sind, verschiedene Richtungen ausprobieren. Also, Karpi dann natürlich nochmal auf eine sehr, auf eine viel extrovertiertere Weise in Person von Joe Cabra. Ja, schön, schönes Wort, um das zusammenzufassen. Ja, und halt auch noch in einer viel häufigeren Frequenz, also allein dadurch, dass ja Crow viel, viel, viel weniger released und ja dann doch mehr der Albumkünstler ist. Also, natürlich ist er auch eine absolute Single-Maschine. Aber die unterscheiden sich ja schon in vielen Elementen und von ihrem Aufsehen und wie man, von ihrem Aufsehen, von ihrem Auftreten und wie man sie wahrnimmt. Aber irgendwo haben die dann doch, glaube ich, Gemeinsamkeiten. So halt dieses Künstler, also dieses, also Künstler-Dasein, natürlich jeder Rapper ist erstmal Künstler. Das Experimentierfreudige, also ich meine, bei Karpi sieht man das. Dieses halt wirklich in Kunst ausleben und Sachen ausprobieren. Ja, voll. Und ich finde es halt auch interessant, weil Crow hat ja jetzt nicht alleine so, wir haben häufig schon die Namen genannt, Casper, Materia, Crow, die haben halt Deutschrap schon so ein bisschen in so eine neue Ära geführt, in der Deutschrap halt auch Pop sein kann. Und Karpi, ich weiß nicht, ob es Karpi in dem Ausmaß gegeben hätte, wenn das halt nicht vorher passiert wäre. Aber ich meine, da liegen zwischen Crows Start 2011 mit Easy und als Karpi dann 2018 mit Berlin Lebt die ganze Nummer 1 Singles hatte, da liegen natürlich auch etliche Jahre dazwischen und da ist auch sehr viel anderes noch dazwischen passiert. Aber es sind halt trotzdem, also Crow war, als er dann die ganzen Nummer 1 Singles hatte, glaube ich, der erfolgreichste Deutschrap-Act, also aus dem erweiterten Deutschrap-Kosmos überhaupt, wenn man das an der Nummer 1 Singles misst. Vorher hatten nur Tic-Tac-Toe, irgendwann in den 90ern halt mal geschafft und das ist ja auch so erweiterter Rap-Kosmos, sage ich mal, zwei Nummer 1 Singles zu haben und Crow hatte dann drei. Und ich weiß, also inzwischen wurde er natürlich mehrfach überholt von Apache, Samra, ich glaube, Juju hat gleich gezogen, ich weiß nicht, ob Loredana schon davor liegt, aber Crow war halt schon ... Ja, und allen voran natürlich Karpi. Ja, ja, genau, ich habe mir auch, also Crow hat drei und mit den drei war er halt auch eine Zeit lang, glaube ich, Spitzenreiter und Karpi hat jetzt 21. Also das sind die Wikipedia-Zahlen, ich weiß jetzt nicht, ob die Features damit reingerechnet haben und ich habe auch mal geguckt nach den Tonträgern, wahrscheinlich muss eigentlich mit Streaming eingerechnet sein, Da hat Crow laut Wikipedia 4,3 Millionen verkauft und Karpi 6,8. Also wir haben da schon zwei der erfolgreichsten deutschen Rapper, die es gibt, aber da hätte halt echt mehr bei rumkommen können. Keine Ahnung, vielleicht kommt nochmal irgendwann eine andere Kombo von den beiden. Ja, da vereinen sich ein bisschen so zwei Generationen, also alterstechnisch liegt da jetzt gar nicht so viel zwischen, also die sind, glaube ich, nur fünf Jahre auseinander. Crow dürfte jetzt so Anfang 30 sein, Karpi ist ja 25 und trotzdem, wie du sagst, die stehen so beide für eine Phase in Deutschland, sind dann beide extrem erfolgreich im Mainstream geworden, also man kann die schon so als Aushängeschilder nehmen und deswegen, es gibt da schon einige vereinende Elemente, obwohl man, wie ich meinte, auf den ersten Blick vielleicht denkt, boah, die sind ja komplett unterschiedlich und sind sie bestimmt auch in vielen Parametern auch, aber gerade, weil sie halt so viel rumexperimentieren und so viele musikalische Einflüsse haben und sich nicht beirren lassen von irgendwelchen äußerlichen Kritiken oder was jetzt die Fans wollen oder dass sie nur das machen, was gerade angesagt ist. Gerade deshalb hätte ich mir da was wesentlich Wilderes erhofft, was Experimentelleres. Ich glaube, da hätte richtig was bei rauskommen können und ja, jetzt ist es halt dann doch echt eine 0815-Pop-Nummer. Ich muss mir ja gerade vorstellen, meinst du, die waren zusammen im Studio oder haben sich die Parts einfach so hin und her geschickt? Das habe ich mich auch gefragt. Weil wenn die beiden zusammen im Studio sitzen, ich glaube, das wäre schon, ich glaube, da wird was anderes bei rumkommen. Ich denke mal, das ist eher so diese Kapi-Bizarre-Joker-F-Geschichte hier und die haben sich gedacht so, ey, lass doch nochmal Crow draufholen und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch labelmäßig, weil Crow hat ein neues Album in den Startlöchern, Kapi auch so, okay, wir nutzen diese Synergie jetzt. Aber wenn die beiden zusammen im Studio sind, also das könnte, das könnte sehr strange werden, aber könnte auch extrem produktiv sein. Da würde ich gerne so ein Mäuschen irgendwie in der Ecke sein und einfach zugucken, was passiert. Ja, voll. Also das habe ich mich auch gefragt, ob die zusammen im Studio waren. Also im Video ist Crow ja schon mal nicht. Das Video hat Kapia in Antalya gedreht, wo er sich gerade, ich weiß nicht, ob immer noch, aber auf jeden Fall jetzt länger im Urlaub befand in der Türkei. Auch witzig, das heißt Frühstück in Paris und der ist halt so in der Türkei am Strand. Auch so ein bisschen Textbildschere, aber das ist auch nur so Kleinigkeit. Ja, habe ich mich auch gefragt, ob die zusammen im Studio waren, weil ich denke auch eher nicht. Es klingt eher nach Part und Beats hin und her schicken, weil ich glaube auch, wenn die zusammen im Studio wären, ich denke, es würde immer in eine Pop-Richtung laufen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er Crow raufholt auf so einen voll harten Streetbanger. Wäre aber auch lustig, Alter. So Kukubra-mäßig. Oder auch so Technik. Ja, wäre auch geil. Wobei, auch das kann ich mir vorstellen. Ich traue Crow alles zu. Wir haben ja letzte Woche hier sehr ausführlich über Crow gesprochen, anlässlich von Fall auf. Und haben ihn ja auch zu Recht sehr gelobt. Und egal, ob man jetzt immer alles von ihm gefeiert hat, man muss sich wirklich anerkennen, dass er ein Ausnahmekünstler ist. Aber das kommt hier halt nicht ganz zur Geltung. Genauso wenig wie bei Kapi, finde ich. Ich glaube, wenn die zusammen im Studio wären, da könnte auch eine, auch wenn es da eine Pop-Nummer wäre, aber eine ausgefallenere, eine unikere, eine andere Art von Pop bei rumkommen. Weil es gibt ja guten Pop, es gibt schlechten Pop, es gibt Pop, der irgendwo dazwischen ist. Und ja, das ist für mich so irgendwo dazwischen. Das gibt es halt, also das wird es halt, das hat es schon sehr oft gegeben in der Form. Und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Also jetzt nicht von den beiden, aber so vom Ding her. Ja, der hier fürs Protokoll noch produziert von Joker F. Bizarre und Phil The Beat hat noch mitgemacht. Genau, ja. Video von Heiko Hammer, wie immer. Und apropos Video, kann es sein, dass die Frau aus dem Easy-Video ist? Boah, Bruder, ich habe das Video noch nicht gesehen. Kann ich dir sagen. Ja, weil ich bin auch nicht direkt selbst drauf gekommen, weil es natürlich viele, viele Jahre her ist, dass ich das Easy-Video gesehen habe. Wann kam das raus? 2012, glaube ich. 2011, meine ich. 11 oder 12, Cross-Durchbruch damals. Sehr, sehr nicer Song. Bis heute richtig zeitlos einfach. Und ich habe mir jetzt beides nochmal angeguckt. Ich will es jetzt nicht garantieren, aber es könnte echt sein, dass sie das ist. Das wäre auf jeden Fall so ein nices Easter Egg, sage ich jetzt mal. Da nach so vielen Jahren dann nochmal die gleiche Dame zum Videodreh zu holen. Aber wie gesagt, ist sie auf jeden Fall ohne Gewehr. Yes. Was ich auch noch interessant fand, ich habe mir dann, also ich lese immer so ein bisschen Kommentare, da schrieben so einige Kommentare, ja, gib zu, Crow war unsere Kindheit oder, hey, Feeling wie früher bei Crow, richtig Sommer-Vibes, wir haben das doch alle damals gehört. Das fand ich voll interessant insofern, dass er ja früher voll gehatet wurde dafür und sehr viel Gegenwind erfahren musste, gerade aus der Rap-Szene. Und jetzt so rückblickend sagen dann die Leute so, ja, also, ja, muss ich schon zugeben, das war schon damals so unser Ding und das hat unsere Kindheit geprägt und unsere Jugend. Und so fand ich interessant, dass er jetzt so auf einmal so Jahre später dann die Liebe dafür bekommt. Ob das jetzt die gleichen Leute sind, die den früher gehatet haben, steht natürlich auch in den Sternen. Also, ich schätze mal, könnte schon sein. Naja, aber wenn du Kommentare anfängst mit, ja, komm, gib doch zu oder ich muss schon zugeben, dann gestehst du dir ja selber so ein bisschen was ein. Also, ich glaube schon, dass viele, die damals vielleicht rumgehatet haben, also mit der Crow-Zeit, als er so gehypt wurde und den Hits und so, verbindet, glaube ich, jeder irgendwo was. Heißt ja nicht, dass man voll der Fan gewesen sein muss, aber der lief halt überall und hat die Sommer geprägt hier in Deutschland. Und insofern, ja, finde ich ganz schön, dass er auch hier und da dann nochmal quasi jetzt so nach vielen, vielen Jahren die Einsicht kam, Crow hat da wirklich ganz neue Wege aufgemacht. Und die ganze Szene und Musikszene, Deutschrap-Szene einfach sehr geprägt, nachhaltig. Ja, Mann. Hater werden auch älter. Ich glaube, also nicht nur, wir sehen, dass es auch viele ältere Hater gibt. Was heißt Hater? Das sind teilweise auch einfach Leute, die fühlen die Mucke von heute einfach nicht mehr. Die wollen den Rap hören, mit dem die groß geworden sind, irgendwo legitim. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Hater im Internet, die diese bösen Kommentare schreiben und so, eher jünger sind. Und dann vielleicht auch mit der Zeit so sagen, ja, ey, guck mal, so schlecht war damals gar nicht so. Ja, um eine klassische Deutschrap-Aussage anzuwenden aus Hater-Wood-Fans. Ja. Ja, also, weitere Single aus CB7 von Capital Bra. Dauert nicht mehr lange, in zwei Wochen ist soweit. Kommt am 4. September. Wird ja ein sehr bunt gemixtes Album, halt mit solchen Songs und dann auf der anderen Seite Songs wie ComCom, mit denen er das Ganze eröffnet hat. Also, es gibt halt die Full-Straight-Pop-Nummern, wie ja auch die mit Bossa zum Beispiel. Oder aber halt auch die Streetbanger. Ich werde mich dann eher auf die Streetbanger freuen, weil den Popping-Capi, ich finde jetzt nicht grundsätzlich alles von ihm dann irgendwie, oder kann mir das jetzt alles grundsätzlich nicht geben. Aber dadurch, dass es halt so viel war in den letzten Jahren, freue ich mich dann doch mehr auf die, auf die harten Sachen da. I see.